Herzlich willkommen zu den Outtakes 2023 und zu denen möchte ich euch kurz was erklären, was in diesem Video jetzt öfters vorkommt, nämlich die Zahlenreihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 und die hat einen Grund, denn mein Mikro hier, das braucht immer so eine Anlaufzeit, damit es sich mit der Kamera ausjustiert und deswegen ist es gang und gäbe geworden, dass ich immer sage 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 sage ich euch jetzt auch nicht, was als nächstes drankommt. Ne, haltet euch gespannt, redet einen Scheiß, macht irgendeinen Dreck und jetzt nehmen wir das einfach nochmal auf, weil das war jetzt totale Kacke. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 so gut gut eingearbeitet, gut eingearbeitet, gut eingearbeitet. Nochmal warnend darauf hinzuweisen, Leute gebt vor allem den Naglern, den Naglern, den Nadlern natürlich. Oh, den Naglern. Material. Ne, 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 ich krieg's nicht hin, Leute, ich krieg's nicht hin, ich will jetzt das wegmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt drehe ich die Scheiß Szene zum dritten Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie sieht es aus, wo ist das Rote? Der Baum stand jetzt da so zwischen den Häusern. Ihr wisst ja da auf meinem Regal, 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 Regal. Puh, was für euch jetzt zweieinhalb Minuten waren, Puh, was für euch jetzt zweieinhalb Minuten waren, war für mich, Puh, Puh, was für euch jetzt zweieinhalb. Puh, 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 Puh. Großer Wasserwechsel am Teich, Check. Großer Wasserwechsel am Teich, Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mach ich das jetzt auch nicht, denn ich ziehe jetzt erst mal meine Jacke aus und schnapp mir alles schön feucht machen. Der mäht jetzt aber nicht um 12 Sonntags sein Rasen, oder? Ja, ich glaube, ich spinne, oder? Zustandsbeschreibungen, die ihr im Intro gesehen habt, die werden wir so durcheinander, aber der Reihe nach nicht, aber durcheinander, sondern durcheinander, nun durcheinander, aber nicht. Natürlich. Sondern eine Gemeinheit pro Jahr. Das heißt, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So rund 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, es ist so. Ich, 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 ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich denke, es ist so. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das wird, ey, das wird ein Outtake-Video allein für die, für den Goldlöchenwald. Ich glaube, ich drehe durch. Und dieses Gewuchere, das ja jetzt nur ein paar Wochen später auch schon wieder ziemlich ausgeprägt ist, prägt ist, prägt ist. Und nach dem Rückschritt, Rückschritt, Rückschnitt natürlich, mit dieser Perspektive, die natürlich gänzlich anders ist, wie die, die ihr am Anfang gesehen habt, als die, die ihr am Anfang gesehen habt. Oh, das läuft heute ja wieder mal. Ende Mai, Ende Mai, Ende Juni, verdammt noch mal, was ist denn heute eigentlich los? Genau, und jetzt kommt noch der dazu, weil das finde ich richtig geil, jetzt läuft es schon nicht. Und jetzt kommt noch der dazu, ja, brauche ich überhaupt gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, ich muss zugeben, wie ich es vorhin gesagt habe, Sammel dich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, schöner grünen Nadeln. Und ich musste zurückschneiden. Und jetzt habe ich dann bald nichts mehr zum zurückschneiden. Und da kam, ging es mir so ein bisschen, ging mir, ging mir, ging mir, ging mir, ich weiß nicht, auf was ich raus will. Ah, jetzt weiß ich, auf was ich raus will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin mal wieder auf Tour und deswegen sage ich Hi. Hi. Vom 25. Scheiße, jetzt habe ich das Datum vergessen. Denn viele, viele meiner Bäume haben inzwischen ihr Laub verloren, stehen komplett kahl da, kahl da, kahl da, kahl da. Na ja, meine anderen, die stehen inzwischen ziemlich kahl da, kahl da. Die sind inzwischen. Wie rum kommen wir mal? Ich komme zuerst. Das läuft voll durchs Bild, das wollte ich vermeiden. Eigentlich wäre es besser, wir würden von da oben kommen. Dann kommen wir von da hinten. Also von hier füllen. Wir kommen von zwei verschiedenen Seiten. Gut, dann komme ich von da und du von da. Du kommst von da und ich komme von da. Du kommst von da und ich von da. Hey, wenn uns jemand, ah ja, hallo, die Irren sind wieder da. Sie laufen wieder zweimal mit ihren toten Bäumen rum. Machen wir mal Stopp. Ja. Du musst auf mich warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tja, Leute, ihr wisst es. Tja, Leute, der Spielfilm für das Jahr 2023. Geplant 4.000. Mein Plan ist der erste Jahreshälfte, wobei wir nicht sagen, mit euch vorhab. Es waren zwei Hälften der Spielfilm. Jahresrückblick. Nee, Jahresrückblick ist nicht richtig, weil für mich ist es ja immer eine jahresaktuelle Bestandsaufnahme. Und ich rede einen Scheiß, was ich mit euch vorhabe. Jetzt der kurz bevorstehende Höhepunkt. Naja, kurz bevorstehende Höhepunkt. Durch den ein oder anderen Beitrag von Arbeitskreisen zu Lolizera. Lolizera? Warum sage ich eigentlich Lolizera? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tja, was ist denn hier schräg? Irgendwas ist hier doch schräg. Tja, Leute, 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 Leute. Naja, machen wir halt einfach nochmal. Ja, Leute, wenn ich, wenn ich über... Da erzähle ich ein klein wenig was zu meinen Kroatit... Darf ich euch vorstellen, 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 darf ich euch, darf ich euch vorstellen, das interessanteste Projekt in 3000, in 3000, genau. Genau, in 3000, über meine kroatischen Connect Shell. Darf ich euch vorstellen? Ich krieg keinen Drehgrad. Jetzt muss ich mal rebooten. Darf ich vorstellen? 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 Ich noch ein ganz kleines, dezentes Boah, ich bin am Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe gerade eben noch mal, also ich habe hier gerade eben, ich habe hier gerade eben der kleine fernblättrige Rotbuche. Die kleine. Naja, machen wir noch mal, oder? Es wird hier schon ziemlich hoch und deswegen, nee, nicht deswegen, sondern, oh Gott, es blitzt und ich war so gut. Ja, da sitze ich hier, da sitze ich hier und dreht vor mich hin. Fagus sylvatica, sylvatica, kleine fernblättrige Buche, Rotbuche, Buche, Rotbuche, Rotbuche. Und ich rede nur noch Schrott. Und ich zeige euch mal kurz, was der Baum uns denn überhaupt zu bieten hat, weil nicht alle hat, 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 hat natürlich sofort eine persönliche Beziehung da. Die Rotbuche, Sandro, de, de. So, ich mache jetzt, glaube ich, eine Pause, oder hol mal einen? Ich darf nicht zu lang machen, gell? Ja, ich darf einfach nicht zu lang machen. Ich schaue gerade gerade noch. Das ist jetzt der Last Call zu diesem Baum, ansonsten ändern wir ihn. Ich werfe hier gerade noch mal einen Blick, ich werfe hier gerade noch mal einen Blick. Und ich hatte mit dieser Namensidentifizierung, Identität, I, 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 so. Der Frühling kommt und, ach Gott, scheiße, oh Gott, das wird eine lange Geburt heute. Räumchen auch ein bisschen, ja, wie soll ich es nennen? Was, wie nenne ich es denn? Wie nenne ich es denn? Und? Bei mir geht es aber jetzt. Das war ich so gut. Wie komme ich von der Tulpe auf die Zeder? So. Ready. Ready. Ich bin ready. I'm ready. Und zack. Und zack. Und zack.